Am Dienstag ist es bei dem US-amerikanischen Internetkonzern Meta für mehrere Stunden zu technischen Problemen gekommen. NutzerInnen der Plattformen Facebook, Instagram, Threads und Messenger konnten sich nicht mehr einloggen. Die Webseite DownDetector meldete, dass weltweit Menschen von Entstörungen betroffen waren. Andy Stone, Kommunikationschef von Meta, bestätigte den Zwischenfall auf der Plattform X. Man habe das Problem so schnell wie möglich gelöst, erklärte Stone und entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.